Nächsten Land vom Start. Und hier ist der Start. Berlin. Der Führung von der 5. Karinmeisterschaft geht zu den letzten Top-Bogen. Führt jetzt Gold an zweiter Stelle, Midnight, Midnight Hit Gold, Midnight Hit Gold. Und Olympic Best Training, so drei Punkte in den Zielen. Der Anstieg verlaufen Nummer 11 und der blauen Rennnäckchen für Deutschland. Die Kugel auf Frauenbeeren. Fünfte des Hamburger Rennens. Und zweifel für Heilenburg. Unterweiss läuft für Ungarn. Beweiss Ulrich.